Ihr Immobilienmakler in Regensburg und Umgebung ASAN Immobilien, Ihr kompetenter Immobilienmakler für Regensburg, kontaktieren Sie uns Telefon 09421 788 848 0info at asan-immobilien.de, Ihr Ansprechpartner für den Immobilienverkauf in Regensburg, Sie suchen einen Immobilienmakler in Regensburg, der Ihnen hilft, ein bestmögliches Verkaufsergebnis für ein Familienhaus oder Eigentumswohnung erzielen? Oder sind Sie selbst auf der Suche nach Ihrer Traumimmobilie und möchten einen Spezialisten an Ihrer Seite wissen, der Ihnen hilft, Ihren Traum bestmöglich zu verwirklichen? Egal ob es um die Wertermittlung, den Verkauf, den Kauf oder die Vermietung einer Immobilie in Regensburg geht. Wir von ASAN Immobilien stehen Ihnen mit unserer Erfahrung, unserer Marktkenntnis und natürlich unsere Leidenschaft für Immobilien zur Seite. Nehmen Sie am besten direkt Kontakt auf. Wir beraten Sie umfassend zu allen wichtigen Themen rund um den Veräußerung, die Vermietung oder um die Suche einer Immobilie. Tolga Asan Immobilienmakler für Regensburg und Umgebung, kostenlose Beratung, Immobilienmakler Straubing Proven-Expert, Kundenbewertungen 5,00 von 5, sehr gut, 78 Bewertungen, 100% Empfehlungen, Kundenservice sehr gut, 5,00. Preis, Leistung sehr gut, 5,00. 8. März 2023 Empfehlung. Meine Erfahrung mit ASAN Immobilien ist sehr positiv. Vielen Dank an Herrn ASAN, dass er mich bezüglich der Mietwohnung in Straubing sehr professionell, freundlich und kompetent betreut hat. Ich kann diesen hervorragenden Service weiterempfehlen und freue mich auf die zukünftige Objektangebote von ASAN Immobilien. 7. März 2023 Empfehlung. 8. März 2023 Wir erstellen perfekte Fotos in bester Qualität. Zusätzlich bieten wir für Ihr Immobilien-Exposé die Möglichkeit, innovative Luftaufnahmen mit einer hochwertigen Drohne zu machen und zu verarbeiten. Die fachmännische Nachbearbeitung der Fotos gehört hier natürlich zum Angebot. Immobilienmakler mit Grundriss Grundriss Ihre Architektenpläne und Grundrisse sind in die Jahre gekommen? Kein Problem. Wir lassen veraltete Pläne aller Art sauber aufbereiten. Denn mit hochwertigeren Immobiliengrafiken können sich Kaufinteressenten leichter ein Bild von der Raumaufteilung der Immobilie machen. Expos Immobilienmakler-Exposé. Das Exposé ist wie das Aushängeschild oder die Visitenkarte Ihres Hauses. Wir erstellen für Sie ein professionelles Exposé, in dem Interessenten nicht nur alle wichtigen und wissenswerten Dinge über Ihr Haus in Straubing und Umgebung erfahren. Durch die richtige Inszenierung passender Bilder werden sich passende Käufer schon vor der ersten Besichtigung in Ihr Haus verlieben. Asan Immobilien. Immobilienmakler Regensburg unsere Referenzen. Zufriedene Kunden kommen nicht nur wieder. Sie empfehlen weiter Kundenzufriedenheit ist unser Antrieb INAK. Viel schneller kann man eine Wohnung nicht verkaufen. Innerhalb vier Wochen wurde die Wohnung erfolgreich beim Notar beurkundet. Die Betreuung war stets professionell und sehr angenehm. Wir werden Herr Asan und sein Team gerne weiterempfehlen. Emily Decker. Wir haben unser geerbtes Haus mit Herrn Asan verkauft. Wir sind mehr als zufrieden. Während der ganzen Zeit, waren wir vollständig umsorgt und mussten uns um nichts kümmern. Auch der erzielte Kaufpreis war sehr zufriedenstellend. Daher klare Weiterempfehlung und vielen Dank für alles. Jule Baumgartner. Ich habe ein Haus nach bestimmten Kriterien im Landkreis Regensburg gesucht und wurde von Asan Immobilienbüro sehr kompetent beraten. Ich habe mit deren Hilfe sehr schnell mein absolutes Traumhaus gefunden. Ich bin für die zuverlässige, schnelle und umfassende Betreuung sehr dankbar. Ich kann Asan Immobilien deshalb uneingeschränkt weiterempfehlen und bedanke mich nochmals recht herzlich für die gezielte Beratung beim Kauf. Quelle Google Bewertungen Immobilienmakler Bewertungen 5.0 Ausgezeichnet 5 Fünftel Erfahrenes Team Modernste Vermarktung Kostenlose Immobilienbewertung 09421 788 848 0 Verkaufen Und vermieten mit Regensburger Experten Als Kunde von Asan Immobilien profitieren Sie von unseren folgenden Vorteilen. Umfangreiche Expertise Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung und unserer hervorragenden Marktkenntnis. Hier erleben Sie persönliche Beratung und die Sicherheit eines festen Ansprechpartners. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Komplettservice inklusive einer fachmännischen Immobilienbewertung. Vermarktung auf dem neuesten Stand Wir präsentieren Ihr Objekt allen wichtigen Online-Portalen. Beschleunigung der Veräußerung Ihrer Immobilie und Optimierung des Preises. Dank unseres Netzwerkes können wir Ihnen zu jeder Situation einen kompetenten Partner vermitteln, auch eine Hausverwaltung. Marktkenntnisse im Umland In Bad Abbach, Lappersdorf, Neutraubling, Obertraubling, Pentling, Regensdorf, Sinzing, Tegernheim, Wensenbach. Das leisten wir für Sie als erfahrener Immobilienmakler in Regensburg. Erst Beratung für Ihre Immobilie Wir besichtigen Ihre Immobilie und analysieren die Vorteile und mögliche Nachteile der Immobilie direkt vor Ort. Bei dieser Gelegenheit sprechen wir auch bereits über den tagesaktuellen Verkaufswert. Dabei planen wir gemeinsam den besten Zeitpunkt, Ihre Immobilie am Markt zu präsentieren. Auch die optimale Vermarktungsstrategie steht an diesem Tag bereits im Mittelpunkt. Wir stellen Ihnen unser gesamtes Leistungsportfolio vor und Sie haben die Möglichkeit, sich ganz unverbindlich ein Bild zu machen und am Ende Ihre Entscheidung zu treffen. Die notwendigen Verkaufsvorbereitungen, eine Immobilie oder Grundstück zu verkaufen, ist ein Fulltime-Job. Wir nehmen Ihnen das meiste ab. Das beginnt bereits mit der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen. Erforderliche Behördengänge und die Erstellung eines Energieausweises durch einen Fachmann, sowie die Berechnung der korrekten Wohnfläche, erledigen wir in dem Zusammenhang gleich mit. Gern stehen wir Ihnen auch mit Dienstleistungen wie der Entrümpelung einzelner Bereiche des Hauses oder der ganzen Immobilie, sowie möglichen Home-Staging-Leistungen zur Verfügung. Vielfältige Vermarktungswege im Rahmen einer modernen Immobilienvermarktung erstellen wir ein Web-Exposé. Mit professionellen Fotos, einem Grundriss und einer aussagekräftigen Immobilienbeschreibung wecken wir das Interesse möglicher neuer Eigentümer. Anschließend wird das Online-Exposé auf allen einschlägigen Online-Portalen für Regensburg veröffentlicht. Auf Wunsch inserieren wir zusätzlich in bekannten Print-Produkten. Die Besichtigung-Interessenten melden sich häufig erst einmal telefonisch oder per E-Mail. Diese Anfragen beantworten wir umfassend und vereinbaren einen Besichtigungstermin mit den Interessenten. Die Durchführung der Besichtigungen organisieren wir und führen ihn, gern auch gemeinsam mit Ihnen, durch. Dafür stehen wir Ihnen natürlich auch abends und an Wochenenden zur Verfügung. Natürlich werden Sie von uns über alle wichtigen Entwicklungen durchgehend auf dem Laufenden gehalten. Wir garantieren einen reibungslosen Ablauf. Die Kaufpreisverhandlungen Sie haben eine klare Vorstellung davon, welchen Preis Sie im Endeffekt erzielen möchten? Gemeinsam erarbeiten wir einen Preis, der sich am aktuellen Markt orientiert und der zu Ihrem Verkaufsziel passt. Wenn Sie beispielsweise eine sehr zeitnahe Transaktion bevorzugen, sollte der Preis etwas niedriger sein, als in Fällen, in denen Sie sich ausreichend Zeit nehmen können. Im Gespräch mit den Interessenten gehen wir auf mögliche Einwände ein, zeigen die Vorteile der Immobilie auf und stellen gern auch einen Kontakt zu unseren Finanzierungspartnern hier vor Ort her. Daneben prüfen wir direkt auch die Bonität der Interessenten, damit Sie sofort wissen, ob es sich lohnt, mit diesem Interessenten Verhandlungen aufzunehmen. Am Ende steht für Sie eine Transaktion zum bestmöglichen Marktpreis. Der Notartermin und die Übergabe zusammen mit einem Notar bereiten, wir für Sie einen rechtssicheren Kaufvertrag nach Ihren Vorstellungen vor. Dann begleiten wir Sie zum Notartermin und betreuen Sie bei den Vorbereitungen für die Übergabe der Immobilie. Auf Wunsch übernehmen wir auch diese gerne für Sie. Natürlich stehen wir auch nach einem erfolgreichen Abschluss sowohl Ihnen als auch der Käuferseite weiterhin bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Unser Service Kostenfreie Immobilienbewertung zur Immobilienbewertung kompetent und regional. Profitieren Sie von diesen Vorteilen, wenn Sie uns als Makler für Regensburg beauftragen. Bedarfsgerechte Beratung, die auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist, Vermarktung sowohl online mit entsprechendem Web-Exposé als auch offline in klassischen Print-Produkten, wenn dies gewünscht wird. Wir erstellen eine professionelle und aktuelle Immobilienbewertung. Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch Home-Staging-Leistungen. Wir erstellen professionelle Fotos und Videos von Ihrer Immobilie. Bei Bedarf organisieren wir auch einen Entrümpelungsservice. Dank unserer Wohnflächenberechnung liefern wir genaue Angaben zu Ihrer Immobilie. Gemeinsam bereiten wir den Notartermin vor. Wir organisieren die Erstellung Ihres Energieausweises. Ämter und Behördengänge gehören zu unserem täglich Brot. Gern nehmen wir Ihnen diese Aufgabe ab. Unsere Vermarktungsprozesse In sechs Schritten zum Erfolg Wir bewerten Ihre Immobilie. Mit unserem Exposé erfolgt die Vermarktung online und in relevanten Printmedien. Wir sorgen dafür, dass Sie alle wichtigen Dokumente haben. Wir übernehmen Ihr Besichtigungsmanagement. Sie scheuen Behördengänge? Kein Problem. Das ist eine unserer Spezialitäten. Wir bereiten den Notartermin für beide Parteien vor. Schritt Nach dem Notartermin übernehmen wir für Sie die Immobilienübergabe. Der Immobilienmarkt in Regensburg, wie in allen größeren Städten Deutschlands, ist auch der Immobilienmarkt in Regensburg stets in Bewegung und verfügt über ein breites Spektrum an unterschiedlichen Preisklassen und Regionen. So finden Sie hier Immobilien mit einem Wert- oder Kaufpreis von 3.800 Euro pro Quadratmeter, ebenso wie Immobilien mit einem Immobilienpreis von durchschnittlich 8.850 Euro pro Quadratmeter. Tatsächlich sind die Kaufpreise in den letzten Monaten leicht gesunken. Lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnungen im dritten Quartal des Jahres 2023 noch bei 4.922 Euro, QM im Schnitt, und für Häuser bei 5.536 Euro, QM, haben sich diese Preise im vierten Quartal leicht reduziert. Der Schnitt liegt nun bei Wohnungen bei 4.903 Euro, QM, und bei Häusern bei 5.418 Euro, QM. Das hat verschiedene Hintergründe. Natürlich spielt die Zinsentwicklung hier eine wichtige Rolle. Je teurer der Kapitaldienst ist, desto niedriger ist das Kapital, das potenziellen Käufern zur Verfügung steht. Im Gegenzug müssen Käufer älterer Häuser aufgrund anstehender Gesetzesänderungen in den nächsten Jahren einen erheblichen Sanierungsaufwand, beispielsweise im Bereich der Heizungsanlage, fürchten. Auch das ist ein Faktor, der wieder Geld kosten wird. Als Makler in Regensburg kennen wir nicht nur die Region und die Besonderheiten der einzelnen Stadtteile und Quartiere. Wir helfen Ihnen auch dabei, Ihre Immobilie so zu präsentieren, dass Sie Ihre Zielgruppe wirklich erreichen. Ob Sie selbst auf der Suche nach einer Immobilie sind, eine Wohnung vermieten oder ein Haus verkaufen möchten? Als Spezialist am örtlichen Wohnungsmarkt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das für Sie bestmögliche Geschäft abzuschließen. Sie möchten in Häuser und Wohnungen in Regensburg investieren? Auch 2023 noch zum attraktiven Kaufpreis. Viele Menschen fragen sich, ob es auch im Jahr 2023 noch Sinn macht, in Immobilien zu investieren. Diese Frage kann man nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Ob sich das wirklich lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Besonders wichtig ist natürlich die Frage, ob die Immobilie für Sie wirklich eine interessante Rendite abwerfen kann. Da die Mieten in den letzten Jahren fortwährend gestiegen sind und hier eine Umkehr des Trends nicht zu erkennen ist, kann der Erwerb einer Eigentumswohnung zur Vermietung auch heute noch sehr lukrativ sein. Neben ausreichend Eigenkapital und einem guten Zustand des Objektes gibt es aber noch einige weitere Faktoren, auf die Sie bei der Investition in eine Immobilie unbedingt achten sollten. Darauf gilt es bei der Investition in Immobilien zu achten. Die drei wichtigsten Faktoren bei der Investition in eine Immobilie lassen sich leicht zusammenfassen. Die Lage, die Lage, die Lage. Alle Fachleute sind sich einig darin, dass die Lage einer Immobilie der Hauptpunkt ist, wenn es um die Frage geht, wie groß Ihre Chancen sind, mit Ihrer Immobilie auf Dauer Gewinne zu erzielen. Je besser die Lage einer Immobilie ist, desto geringer ist beispielsweise die Gefahr eines langfristigen Leerstandes. Punkte wie die Makro- und die Mikrolage spielen dabei natürlich auch eine große Rolle. Sie tragen sich mit dem Gedanken, in Regensburg in Immobilien zu investieren? Als Ihr Experte vor Ort stehen wir von Asan Immobilien Ihnen bei der Suche gerne zur Seite. Bei der Suche nach einem Mieter stehen wir Ihnen ebenfalls zur Seite. Wer eine vermieten möchte, braucht natürlich auch Mieter. Nicht selten schrecken potenzielle Vermieter vor dem Abenteuer einer solchen Investition zurück, weil sie Angst vor Mietnomaden haben oder unsicher sind, worauf sie bei der Auswahl eines guten Mieters achten sollten. Auch die Präsentation ist ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, zahlungskräftige Mieter in ihre Immobilie zu ziehen. Wir unterstützen Sie von der ersten Präsentation Ihrer Wohnung auf dem Wohnungsmarkt über die Gestaltung der Räumlichkeiten für eine Besichtigung und die Organisation und Durchführung solcher Besichtigungstermine bis hin zum Abschluss eines rechtmäßigen Mietvertrages Team Asan Immobilien in Regensburg. Unser Büro befindet sich in der Magde.